hallo und willkommen zurück zu seven days to die so gleich mit der blutmundnacht wir kriegen vor der blutmundnacht schon besuch ich bin mal gespannt was uns ist erwartet so wir haben ja unsere verteidigung ein bisschen erweitert entweder reich so das reicht nicht das sehen wir ja gleich so auf geht's von wo kommen sie ich komme jetzt mittlerweile von zwei seiten aber was heißt von zwei seiten also ob es leicht verzogen so 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 hier haben sie schon ein bisschen was weg gehauen so so hier machen so eindeutig am meisten schaden so 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 Du bist. jetzt liegt es ein bisschen es geht es geht es geht es geht es geht es Es kommen mittlerweile viele Hunde. Okay, warum ist es kaputt? Okay, warum ist es kaputt? Okay. Die Bräuchte lassen wir noch hier. Die machen ja nichts kaputt. Die Bräuchte lassen wir noch hier. Okay. 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 Jetzt ging es runter. noch irgendwo noch ein breakdance zwischen 3 Das ist schon komisch. Ey, lass mal eine Beute ganz. Oh. Der hat es endlich geschafft. Da kommt noch einer. Na, bleib doch. Den treffe ich doch. Ja. So, der ist auch weg. Da hinten kommt wieder einer. Oh, es war getroffen. Der ist weg. So, zwei Stunden noch. Tun wir mal ein paar Pfeile herstellen. Oh, wow. Ich habe keine Feder mehr. Das ist schlecht. Die habe ich natürlich jetzt unten. Was leuchtet denn da? Da ist doch noch jemand. Da ist doch noch jemand. So, ich muss noch nicht meine Maschinenpistole benutzen. Oh. Na. Kannst du mal sterben? Na, geht doch. Mann, lass doch mal meine Beute ganz. Ja, geht doch. Viele Breakdancer hier. Der stört mich hier ein bisschen. Komisch. Ich seh da gerade noch ein bisschen Schatten. Ah, ist auch zum Breakdancer geworden. Dann noch ein Hopper. Hä? Naja. Dann setzen wir das noch ab hier. Und dann gehen wir mal hier auf Fluting. Fluting. Träfischen den nicht. Na, jetzt. Der macht... Oh. Hätte ich mal lieber gelassen. Hä? Wo? Ach, kommt doch noch was. Boah, der hat's ja fast bis zum Haus geschafft, ey. Die machen meine ganze Beute kaputt. So, gleich ist es vorbei. So, würde ich mal sagen. zu den ganzen Loot holen in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.